Was ist der Grund, warum mein Vater das gerade kippt? Als ich klein war, haben mir immer die Autos gefallen. Das war auch der Grund, warum mein Vater das gerade kippt. Besonderes Gefällt, da ist viel Praktikum drin. Da bist du direkt am Arbeiten, da bist du ein Lehrling. Aber normaler Mitarbeiter, bist du drei Jahre. Guten Morgen, meine Firma ADE Worldwide, schaut für die Studierende, auch für die Arbeit, für die Studierende oder die Arbeit in Deutschland. Danke. Kumen, das ist Dresden. Es ist der beste Blick auf die alte Stadt Dresden, mit Churchen, mit Kasteln, etc. 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 und der River, named Elbe. Ich brauche gar nichts mehr hier zu sein, und das ist gar nicht das Beste. Ich brauche gar nicht zu helfen. Ich brauche gar nicht zu sehen, Ich brauche gar nicht zu sehen, Ich brauche gar nicht zu sehen,